ja ihr lieben sorry noch mal jetzt habe ich es hinbekommen ich habe jetzt die videos in der richtigen reihenfolge gemacht 1 bis 5 und das video was auf dem kopf war noch mal bearbeitet und runtergeladen quasi und richtig rumgedreht und das verkehrte gelöscht und das neue wieder halt richtig rumgedreht reingepackt und die reihenfolge noch mal richtig sortiert jetzt stimmt die reihenfolge jetzt ist alles hoffentlich so dass man etwas sehen kann dass ich was gemacht habe wie gesagt für mich ist es immer wichtig sei es anbauteile abbauen abbauen schleifen verarbeiten sich anleiten lassen wie etwas funktioniert wenn man lange nicht mehr etwas gemacht hat aber so offen und da mal treffen so stehen so und ein auf den dicken mats machen und das mag ich überhaupt nicht also dann lieber doch etwas selber versuchen auf die beine zu stellen und auch mal wissen wo die schraube sitzt oder allgemein wo wir etwas zerlegt zusammengebaut wird das ist immer schon sehr sehr wichtig na gut dann wisst ihr bescheid bis dann tschüss